Hallo und herzlich willkommen zu den Heimkino Raum Videonews. Mein Name ist Scherko Hammawandi und heute möchten wir Sie zu unserem alljährlichen Event am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. November 2018 einladen. Seien Sie gespannt auf alle Neuigkeiten der internationalen Funkausstellung und natürlich viele, viele mehr. An diesen beiden Tagen, die in allen Heimkino-Standorten, also 14 Mal in Deutschland und einmal in Luxemburg stattfinden werden, präsentieren wir Ihnen unter anderem die neuen Sony 4K Projektoren im direkten Leihvergleich zu Epson sowie Optoma und natürlich auch JVC, natürlich auf Leinwänden fürs Wohnzimmer. Oder auf ganz großen Leinwänden für das dunkle Heimkino. Oder sollen es Lautsprecher sein? Hören Sie gemeinsam mit uns die Oberon, die neuesten Lautsprecher aus dem dänischen Hause Dali. Oder ein neuer Verstärker? Lassen Sie sich von der neuen Yamaha-Aventage-Serie begeistern. Und so klingt es live. Erleben Sie Dolby Atmos mit der Mars Neue Surround AI in unseren Kinos. Oder darfst du LG Presto sein? Ein protakter Projektor mit Laserlichtquelle und integrierte Medienspieler. Natürlich haben wir an diesen beiden Tagen fast alles da, gleich zu mitnehmen zu besonders attraktiven Messekonditionen. Seien Sie gespannt und besuchen Sie uns am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. November in ganz Deutschland und Luxemburg. Melden Sie sich noch heute an, per Telefon oder per Mail in Ihrem Heimkinoraum in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.